Norddeutscher Rundfunk 2021 Ja. Schön. Na, ist nicht einfach. Lassen wir leider auch nicht zählen. Ich hab nur zwei Minuten und brauch zwei Tore. Ja! Zumindest die meisten Kisten umgeschossen. Ja, aber das ist ja... So, jetzt fünf weg, oder was? Jetzt weg, okay. Let's do it. Ja, aber wenn er da jetzt so aufbaut, das wäre eine Schlechheit. Wenn er die jetzt hochstellt. Oh, was der da aufbaut? Ja, ja, klar. Es geht so. Was machst du denn? Was ausprobieren? Hey, das ist... Architekt wirst du nicht mehr, ne? Auf geht's! Von da, oder was? Wie soll das gehen? Druck jetzt! Ja! Oh, der war nicht so schlecht! Der war nicht so schlecht! Ein bisschen sauber! Ja, klar! Ja, klar! Ja, ein bisschen Druck! Ein bisschen Druck! Was gibt's hier? Zwei Punkte! Ja! Sauber! Sauber! Sauber getroffen! Muss man auch sagen, ist auch nicht so einfach! Wie viel steht's? Zwei Null, ne? Ja, der muss auch erstmal von hier treffen! Der muss auch erstmal von hier treffen! Der muss auch erstmal von hier treffen! In Martheim! Bleib da stehen einfach! In Martheim! In Martheim! Ja, der ist weg! Ja! Vamos! Sauber! Was ist das doof, ey? Habt ihr alle gesehen! Sauber! Leck! Oh, Fazio! Was passiert dir? Was passiert dir? Sauber! 4-4! 4-4! Okay! Sauber! Erzähl! Hey, warte mal! Warte mal! Willst du mich verarschen? Willst du jetzt hier schummeln oder was? Ein Baum? Ja, okay! 3 von 3! Ja, ja! Ja, der zählt leider auch, oder? Ja, das ist aber auch, ey! 4-3! Da braucht man vorne kein Treffen, oder? Von hier 4-3! Willst du umbauen, oder? Was soll ich umbauen? Das ist eine Frechheit! Ich schwör! Irgendwas stimmt dir nicht! Ja, soll ich jetzt gleich von der Mittellinie anfangen? Ja, du fängst an! Was soll ich umbauen? Ja, was du möchtest! 10? Ne, 10 weg! So, jetzt kann er nicht schießen! Niemals! Lass ihn, lass ihn, lass ihn! Nein! Reicht nicht, reicht nicht! Ja, ey! Ja, ich muss sagen, umso mehr es wurde, umso schwieriger wurde es auch für mich. Ja! Komm!